What's your flavour? Tell me, what's your flavour? What's your flavour? What's your flavour? Tell me, what's your flavour? What's your flavour? Tell me, what's your flavour? Hallo zusammen! Hallo! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der E-Mail-E-Sperch-Zewieb. Das ist der neue Staffel mit wirklich einem verdammtisch viel lauten Superpunkt und natürlich auch fantastischen Kandidaten. Ich dachte euch, was wir an Kandidaten haben, diese Staffel, das lohnt sich auf jeden Fall. Und heute eine ganz besonders entzückende, sie heißt Katrin, hat sich bei uns beworben und auf ihre Bewerbung hin kam dann gleich eine ganze Tonne von Männern, die meinten, die Frau müssen wir unbedingt kennenlernen. Und dass das auch funktioniert, dafür sorgen wir, das Ganze soll dann in einem wunderschönen Urlaub enden und zwar auf Ibiza. Nicht mal kurz ist Wochenende, sondern eine gesamte Woche wird da gefeiert, gegessen, gespeist und in einem wunderschönen Hotel gewohnt. Und wer das zum Ende schafft, muss erst mal drei Runden überstehen. Wir checken einiges, als erstes natürlich die Optik. Der erste Eindruck, ist das, was wir vorbereitet haben, überhaupt das Richtige für Katrin? Dann packen wir so ein paar Wahrheiten auf den Tisch, die jeder vielleicht eigentlich erst mal zumindest noch eine Weile für sich behalten möchte. Klappt bei uns leider nicht. Und dann gucken wir, was es an körperlichem Einsatz so gibt. Natürlich auch um Geiste, aber das kombiniert wird besonders spannend und dass sich das lohnt. Das zeige ich euch jetzt. Hier sind erste Bilder von Katrin, bitteschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.